Also ich bin aktuell 29 Jahre in dem Betrieb und seitdem habe ich die gesamte Entwicklungsgeschichte der Firma mitgemacht. Also es ist wirklich eine Aufbruchsstimmung, wo wir uns jetzt transformieren, wir werden größer. Ich finde es ziemlich toll bei diesem Wachstum dabei zu sein, weil es eben zukunftsweisend ist und man eben dadurch auch ein kleines Stückchen die Welt verbessern kann. Wir sind im Bereich der programmierbaren Stromversorgung unterwegs, ein Produkt, was momentan überall da gefragt wird, wo man das Stichwort Energiewende auch hört. Jede Brennstoffzelle, jede Batterie muss entwickelt, getestet und simuliert werden. Da sind wir der Partner und das ist einfach ein sehr, sehr cooler Bereich, in dem man hier arbeiten kann. Ja, Frau Brücker, 3U, Ihr Lieblingsgerät? Kann ich auch bauen, aber ich liebe die anderen Geräten mehr. Das ist wie Lego City für Erwachsene. Und man, tatsächlich ist so. Und der kommt hier. Viele Ingenieure oder viele von den Entwicklern haben hier in der Umgebung studiert. Die hat es dann einfach hierher gezogen. Die haben sich hier wohlgefühlt, genauso wie das bei mir der Fall ist. Das ist auch nie langweilig. Selbst wenn man meint, okay, jetzt habe ich schon viel gesehen, ich kenne die Geräte, kommt jeden Tag was Neues, was man noch nicht gesehen hat. Wir sind ein sehr dynamisch agierendes Team, in dem, glaube ich, auch der Einzelne seine Freiheitsgrade hat. Das ist eine ganz, ganz hohe Attraktivität, dass wir da sagen, ja, von der Leistungselektronik über die Digitaltechnik bis hin zu Embedded-Programmierung, Applikationsprogrammierung kommt bei uns nahezu alles vor. Software ist die Säule des Produkts, ja, für mich. Natürlich haben wir einige Kundenbezüge, aber die Schrift ist rechtlich. So, you can do thing well, yeah. Also, was wir ja spüren, ist es quasi, dass es wie ein Raketenstart gerade momentan abgeht. Die Kunden rennen uns da das Haus ein. Es werden neue Abteilungen geschaffen, neue Abläufe geschaffen, neue Gebäude gebaut. Wir schreiten vorwärts, auch in der Innovation, gehen in die Elektrifizierung der Welt und sind da hautnah dabei. Viele unserer Kunden kommen aus der Automobilindustrie, ist aber nicht unser einziger Markt. Überall da, wo sie Wind und Solar haben, ist es ganz wichtig, dass unsere Power-Units zum Einsatz kommen. Daraufhin wäre das nett, wenn noch viele Hände kommen würden und einfach nur helfen. For me, the more the better. Ich würde mich freuen, wenn ein bisschen frischer Wind reinkommt mit neuen Ideen. Damit wir uns immer weiter verbessern können. Genau. Vorne切ungen Untertitelung des ZDF, 2020